In seiner Rede am 25. August von der katholischen Jugendgruppe in St. Petersburg lobte Papst Franziskus die Geschichte der Zaren in Russland. Ihr seid die Kinder des Großen Russlands, der Großen Heiligen, der Könige, von Peter dem Großen, von Katharina der Zweiten, sagt der Papst per Videokonferenz. Er lobte Russlands als ein Volk von großer Kultur und großer Menschlichkeit. Die Sprecherin der russischen Predigerschaft gab das Lob zurück und dankte dem Papst für seinen ausgewogenen Ansatz des Vatikans zum Konflikt in der Ukraine. Sie drückte die Wertschätzung des Kremls für die Bemühungen des Heiligen Stuhls und von Papst Franziskus persönlich aus. Eine friedliche Lösung zu suchen, die leider vom Regime in Kiew abgelehnt wurde. Zitat Ende Ein Sprecher der ukrainischen Regierung bezeichnete dies als imperialistische Propaganda. Mehr dazu nach einem kurzen Wochenrückblick. Zentralafrika hat es einen neuen Putsch gegeben, diesmal in Kabul. Die kleine Familie kontrolliert das Land seit 50 Jahren. Nachdem eine weitere Wahl sie an die Macht gebracht hat, hat die Armee die Macht an sich gerissen. Das Chaos breitet sich in ganz Afrika aus. Möchte der französische Präsident Emmanuel Macron Frankreich für immer regieren? Es hört sich auf jeden Fall so an. Bei einem Treffen mit Parteivorsitzenden am 30. August hat er sich sehr grob über die Begrenzung der Amtszeit der französischen Präsidenten auf zwei Amtszeiten geäußert. So wie es aussieht, wird er 2027 zurücktreten müssen. Und Baum 17 zeigt, dass in Europa zehn Könige oder zehn diktatorische Anführer aufsteigen werden. Die Äußerungen Macrons zeigen auf eine solche Einstellung hin. Die Frankfurter Polizei verhaftete am 24. August einen deutschen Geschäftsmann, weil er angeblich Rüstungsgüter in Russland verkauft hat. Die Verkäufe verstoßen gegen die Sanktionen der Europäischen Union, die Russland im Zuge der Anaktion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 auferlegt wurden. Ministerpräsident Viktor Orban sagte in seinem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit Taka Karlsson, Orban will Russland nicht verärgern. Er sagte genau dasselbe, was die Mitteleuropäer schon seit 80 Jahren sagen. Washington ist weit weg. Russland und die Ukraine sind nah. Er glaubt nicht, dass Amerika sein Land auf lange Sicht verteidigen wird. Also sollte er besser ein Abkommen mit Putin schließen. Je früher er das tut, desto besser sind die Bedingungen. Deshalb hat Ungarn die Ukraine nicht unterstützt. Das ist es, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Putin wird nicht verschwinden. Und Deutschland ist bereits dabei, sein eigenes Abkommen mit ihm zu schließen. Das alles rechtfertigt nicht, was Putin tut. Er ist ein böser Mensch. Aber in dieser gegenwärtigen bösen Welt, wie wir in Galater 1 bis 4 der Elberfelder Bibel lesen, triumphieren oft böse Menschen. Nun zurück zu unserem Thema. Papst Franziskus lobt Russland. Mit der Erwähnung des Russischen Reiches unter Peter dem Großen und Katharina der Zweiten spielte Papst auf die glorreichen Tage des russisch-orthodoxen Christentums an, bevor es nach der bolschewistischen Revolution verfolgt wurde. Möglicherweise strebte er ein stärkeres Engagement in der russisch-orthodoxen Kirche an. Der Vatikan ist eine große diplomatische Macht. Während des Zweiten Weltkriegs spielte der Vatikan eine Schlüsselrolle als Kanal für Hinterzimmerverhandlungen. Bemerkenswerte Teilnehmer waren der persönliche Vertreter von Präsident Franklin Roosevelt, der britische Botschafter und der deutsche Prinz Philipp von Hessen. In jüngster Zeit hat der Vatikan angeboten, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, bisher ohne Erfolg. Die deutsche und die russische Diplomatie gehen den gleichen Weg. Deutschland und Russland haben sich wahrscheinlich in Bezug auf ihre imperialen Ambitionen geeinigt. Personisch-Referateur Gerald Flury schrieb dazu, Ich glaube seit vielen Jahren, dass Deutschland und Russland möglicherweise heimlich einen modernen Hitler-Stalin-Pakt unterzeichnet haben. Deutschlands Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Existenz dieses Abkommens aufgedeckt. Deutschland wurde für sein Zögern kritisiert, auf russische Energie zu verzichten und für seine minimale und oft verzögerte Unterstützung des ukrainischen Militärs. Könnte der Vatikan eines der Mittel Deutschlands sein, um die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten? Das meistproduzierte religiöse Buch dass diese Kirche an Macht gewinnen und sogar die Autorität über ihre Tochterkirchen zurückgewinnen wird, die sich von ihr abgespalten haben, einschließlich der orthodoxen Kirche. Um mehr darüber zu erfahren, wie diese mächtige kirchlich-staatliche Vereinigung vorübergehend mit Russland zusammenarbeiten wird, um den Fall der Vereinigten Staaten von Amerika herbeizuführen, lesen Sie Wer oder was ist das prophezeihte Tier von Herbert W. Armstrong? Diese Broschüre finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at dieposaune.de schreiben. Unsere deutsche Abteilung in unserem englischen Regionalbüro erreichen Sie unter 0044 178 95 81 912. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Joshua Michels. Bis zum nächsten Mal.